Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Enrico Italia. Ja, heute mal endlich wieder mit einem weiteren gemoddeten Paintjob. Wie, da hat es ein bisschen länger gedauert, aber okay. Aber jetzt noch eine kleine Information für den ersten Paintjob. Den habe ich vom IDZock gesehen. Deswegen auch Link zu ihm in der Videobeschreibung. So fair sollte man ja eigentlich auch sein. Aber gut, dazu später mehr mit IDZock. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier den ersten Paintjob, den ich euch vorstellen möchte. Und das ist hier ein richtig geiles grüne 03FF6C. So ist der Hexacode. Das müsst ihr bei euch in der Crew eingeben. Oder ihr wählt einfach dann dieses grün aus, sag ich jetzt mal. So, dann haben wir hier den zweiten Paintjob. Der ist auch richtig geil. Und das ist ein Hot Pink Paintjob und mit dem Hexacode FC0. FC0 ist auch richtig, richtig nice. Und jetzt kurz noch zum Thema meine Crew. Da werde ich eventuell ein paar Leute kicken, weil die ist ja voll und manche wollen wieder rein und so. Deswegen werde ich da ein paar kicken. Und falls ihr da rein wollt, Link ist in der Videobeschreibung zu meiner Crew. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Aber ich weiß nicht, wen ich da kicken. Meistens sind es Leute, die inaktiv sind. Die halt nicht in meiner Crew halt aktiv sind. Aber ich denke jetzt mal, das werden nicht so viele Leute sein. Also macht euch da keine Panik. Falls ihr gekickt werdet, könnt ihr mir auch Bescheid sagen. Ja, dann könnt ihr auch wieder rein. Das ist gar kein Problem. Und dann seht ihr jetzt hier den letzten Paintjob. Den dritten. 3FF00 ist hier der Hexacode von diesem geilen Paintjob. Und ja, falls ihr für den seid, dann lasst halt ein anderes Grün da. Ich nenne es jetzt einfach mal Grün-Gelb. Und ja, dann will ich noch kurz was zu ID Talk sagen. Und zwar, ihr wisst doch noch, wo ich noch diese Geldmethode hochgeladen habe. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall hat er dann nach kurzer Zeit auch so ein Video gemacht. Zu einer Geldmethode, die genauso ähnlich ist. Hat mich aber nicht erwähnt. Ich fand es ein bisschen unfair. Weil es halt genau fast das gleiche war. Egal, haut da rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.